Ich wurde geboren und wir haben uns so einen Mini-Tennis-Schläger in die Wiege gelegt. Von klein auf habe ich gewusst, dass er mein Tennisspieler wird und ich glaube, er hat das meiste Talent von uns allen. Er ist einer der besten Spieler in der Welt, schon ein paar Jahre zurück. Zwei Sachen fehlen mir. Meister Welt im Gunslam. Und das hätte ich alles wirklich in dieser einen Woche schaffen können. Der erste Gedanke und der erste Moment war wirklich, es ist meine Karriere jetzt vorbei. VersCH 18 6 5 7 6 6 10 10